So, dann haben wir ein noch größeres Handtuch als das kleine, vielleicht als Liegerhandtuch kann ich mir das gut vorstellen, ist ja auch eine Top-Werbung, oder? So ein Beauty-Haar-Tabletten-Set, oder was? Jetzt geht meine Kamera wenigstens wieder. Und hier, genau meine Farbe, ein schwarzer Ordner, Welt, Information drin, Let's Grow, willkommen, super süß, da noch ein Geschenk, was ist da drin? Also hier Business Guide, damit ich auch alles schön lerne von A bis Z, mit schwarzem Lesezeichen, jawohl, eins und zwei, wie viel gibt es da? Drei. Eieiei, muss ich mir alles durchlegen? Das ist natürlich sehr interessant, das mache ich ja schon länger. Und hier ist es extra wohl dabei und beschrieben, wie es gemacht wird. Also, ich meine so ein Plan, was man sich halt in der Zukunft vorstellt, gell? Mal gucken. Sollte sich jeder immer so einen Plan machen und an die Wand hängen? Nur zu empfehlen. Division Board. Aha, siehst du? Ja. Genau. Wo will ich hin? Was wünsche ich mir? Und umso besser du es visualisierst, dir vorstellst und umso öfters und umso intensiver, umso schneller wird es wahr und passiert, da der Körper ja auch nicht von, wie heißt es, unterscheiden kann. Schau mal, ein kleines namenskindlchen. Süß. Süß. Süß.